Das Play of the Day wird präsentiert von Liebe kennt keine Liga. Alle Highlights aus 60 Jahren Trierer Basketball auf einer DVD. www.basketballdvd.de Und was war das? Ein Fight gegen den Spitzenklub aus Kreisheim. Und was war das? Eine Aktion! Bretton Spearman mit dem spektakulären Hookback dann. Er macht ein klasse Spiel. Bis das Spiel an sich in dieser Phase im dritten Viertel sorgte er dafür, dass Trier zurückfand in die Partie mit dieser spektakulären Aktion. Bretton Spearman im Spiel mit 25 Punkten, 11 Rebounds, Double-Double und einem Steal bei der 85 zu 88 Niederlage nach Verlängerung gegen die Kreisheim-Berlins. Auf Wiedersehen.